Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Herderinger Online. Wir sind immer noch hier in Schlucht und ich habe mich mal neben Bannwart Unterberg gesetzt, damit wir ein bisschen mehr auf einer Höhe sind. Denn mit Hobbits ist das ja so eine Sache, wenn man mal in Augenhöhe von denen sein möchte. Und wir sehen, ja, Egea hat ein paar Level zugelegt. Ich habe mal von 7 auf 12 hochgelevelt. Ging relativ schnell. Ich habe, wie gesagt, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, am Ende nur die Quests in Arschid und hier in Schlucht gemacht. Das, was soweit jetzt schon möglich war, ohne das Hauptquest weitergeführt zu haben. Und ich denke, da sollten wir ein paar Sachen im Hauptquest jetzt machen können, ohne da jetzt großartig mit dem Level Probleme zu kriegen. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Nein, eine Sache noch vorher. Ich habe mal ein bisschen in meinem Haus gestöbert. Und in der Truhe in dem Haus habe ich ein paar Zierwerksgegenstände und habe mal ein bisschen hier rumprobiert, was wir unserem Freund anziehen können. Also die Klarotte kennen wir ja, das hatten wir ja schon im Inventar vorher. Ich habe jetzt mal einfach ein bisschen was zusammengestellt. Ein anderes wäre dies hier. Das ist so das Modell Ostling General, sage ich mal. Also wir sehen ja auch, auf dem Waffenrock ist ein Mumakil abgebildet. Also die Elefantenartigen Haradrim Gefährten sozusagen. Ansonsten sieht es sehr Ostlinghaft aus, finde ich. Ich finde auch der Umhang, der passt ganz gut dazu eigentlich. Der gehört natürlich eigentlich nicht dazu, aber ich finde, das hat ganz gut zusammengepasst. Und das andere, was ich jetzt noch mit mir zusammengestellt hatte, war ganz ähnlich meinem Hauptcharakter Torwert, diese rohierische Rüstung. Leider gab es da keine andere Farbe, die mir gut gefallen hat. Also das ist die Originalfarbe davon, das Rote. Und dazu habe ich mal einen Umhang genommen, der ist eigentlich weiß, da wo er jetzt rot ist. Oder so silbrig, gelblich, keine Ahnung, ein bisschen grell halt. Ich habe den mal eingefärbt in Burgunderrot, auch das kann man machen, die Sachen einfärben. Weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gezeigt habe. Ach, das ging bei dem nicht, stimmt ja. Man kann sich das halt schon vorher anzeigen lassen, was man da an Farben draufpacken möchte. Und aus irgendeinem Grund hat gerade mein Kopfhörer aufgehört zu funktionieren. Eine Sekunde bitte. So, kurzerhand etwas umgeräumt hier. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit meinem Kopfhörer los ist. Aus irgendeinem Grund versagt er ständig. Jetzt musste ich mal ein bisschen örtlich umräumen hier, weil ich mich jetzt wieder an die Strippe hängen musste. Und dadurch alles ein bisschen umbauen musste. Na gut, egal. Was wollte ich sagen? Genau, man kann ja die Sachen einfärben und das kann man sich auch vorher anschauen. Ich habe leider gerade nichts, womit ich das zeigen kann. Außer vielleicht nehmen wir mal ganz kurz hier irgendwas raus. Wie zum Beispiel unser Top. Ich schmeiße das mal hier rein. Und wenn wir dann hier uns das Ganze anschauen, können wir hier auch die Farben bestimmen dabei. Zum Beispiel machen wir das mal in Dunkelgrün. Dann würde das halt so aussehen. So kann man sich vorher anschauen, wie die Sachen aussehen, wenn man sich den einfärbt. Und das war jetzt halt auch das, was ich hier gemacht habe mit dem Umhang. Den kann man dann... Ich weiß gar nicht, ist... Naja, das ist nicht ganz das Original. Das sieht ein bisschen anders aus im Original. Das Verwaschene trifft es nicht ganz. Aber jedenfalls sieht man schon, der Hintergrund wird verändert, wenn man den einfärbt. Und ich finde, dadurch kommt der Rabe ein ganzes Stück besser zur Geltung. Und das sieht schon ganz geil aus. Also mir gefällt das ganz gut. Deswegen behalte ich das mal an. Man müsste halt bloß noch irgendwas mit dem Kopf machen, weil die Glatze doch so nicht so wirklich dazu passt. Gebe ich zu. Zu der Rüstung und allem. Ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Gut, du sucht das Bündel der Schwarzwold Räuber, das machen wir gern. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, vorher möchte ich aber noch zwei Sachen kurz machen. Die erste ist das hier drüben, was wir hier unten haben in der Ecke. Das Hobbit-Geschenk. Das gibt es für jeden Account einmal täglich sozusagen. Also wenn man sich mit dem Account anmeldet, einmal am Tag kann man das auswählen. Und da gibt es quasi kostenlos was zur Verfügung gestellt. Wir machen das mal. Ist halt so ein bisschen Lotterie-mäßig. Kleiner Hauf Kupferreste. Okay, das ist einfach nur dazu da, um es zu verkaufen. 200 Silberstücke, immerhin. Ist schon ein bisschen was am Anfang. Noch besser wäre natürlich das hier gewesen. Die edlen Handschuhe des Atomjägers. Aber gut, scheiß drauf. Ist egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Man nimmt es immer gern mit. Aber eigentlich ist es nicht wirklich von Belang, was man da bekommt. Manchmal springen aber auch ganz gute Sachen dabei raus. So, wie gesagt, einmal pro Account am Tag. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem anderen Charakter meines Accounts mich einlogge, dann kriege ich da nichts. Und die Gegenstände, die da drin sind, sind immer dem Level des jeweiligen Charakters angepasst. So, wir gehen aber erst mal ganz kurz in die Handwerkshalle. Denn das hat zwar nichts mit dem Hauptquest zu tun, aber ich möchte euch das trotzdem zeigen. Denn es gibt einige Handwerke zu erlernen hier. Da hat einen auch ein Quest hingeführt. Das habe ich natürlich jetzt schon abgeschlossen. Bin hier schon gewesen. Hab das aber noch nicht durchgeführt. Und zwar, das war der Falsche, können wir uns hier ein Handwerk aussuchen. Wir sehen schon, da gibt es eine ganze Reihe. Und es ist immer zu drei Berufen zusammengebündelt, sozusagen. Also der Rüstungsschmied ist zum Beispiel der Schmied, der für Rüstung zuständig ist. Große Überraschung. Der Schürfer, der die Materialien für den Schmied herstellt. Und der Schneider. Dann gibt es den Entdecker. Das ist der Schneider, der Fürster und der Schürfer. Wobei der Fürster für den Schneider wiederum Materialien herstellt. Also der kann auch Leder machen. Also der Fürster ist sowohl für das Verhandeln von Holz, als auch für das Behandeln von Fällen zuständig. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Hauptcharakter Torwert. Kann man leichte Klamotten mit herstellen. Leichte Rüstung kann man mit dem Schneider machen. Mittlere, ich glaube mittlere ist auch mit beim Schneider drin. Ansonsten, vor allem schwere Rüstung geht über den Schmied. Wir haben aber sowieso keine Möglichkeit, schwere Rüstung zu tragen. Deswegen wäre das sinnlos. Das wäre natürlich eine Idee, den Entdecker zu machen. Andere Sache, der Waffenbauer. Waffelschmied mit drin, wieder der Schürfer, weil der Schürfer natürlich auch für den Waffelschmied die Rohstoffe herstellt. Und der Drechsler. Allerdings sehen wir schon bei manchen Kombinationen wie dem Drechsler. Der braucht natürlich behandeltes Holz, um drechseln zu können. Bräuchte also eigentlich einen Fürster. Das heißt, wenn man drechseln möchte, ist der Waffenbauer eine ungünstige Wahl. Und deswegen werde ich den auch nicht nehmen, denn ich möchte schon in Richtung Drechsler gehen eigentlich. So, Kesselflicker ist vor allem Goldschmied wichtig. Wieder mit dem Schürfer als Vorarbeit. Koch ist ein bisschen deplatziert an der Stelle, weil man dazu eigentlich noch den Bauer bräuchte. Der Koch kann eben, der kann Sachen zum Essen herstellen. Große Überraschung. Und das verstärkt kurzzeitig einige Fähigkeiten während des Kampfes. So, also kann man vor dem Kampf einwerfen und dann ist meinetwegen, was weiß ich, die Moral, die maximale Moral ein bisschen gestärkt oder sowas. So, dann haben wir noch den Freibauer. Das ist die volle Bauernrichtung. Also wir haben den Bauern als Grundfähigkeit. Dann der Koch, der die Erzeugnisse des Bauern verarbeitet. Und der Schneider ist ja ein bisschen deplatziert, weil er keinen Fürster hat. Und den Waldschüter, den werde ich jetzt wahrscheinlich nehmen mit Fürster und Drechsler. Der Bauer ist egal. Und schließlich gibt es noch den Historiker. Der hat Gelehrte mit drin. Der Gelehrte ist eigentlich so völlig unabhängig. Der Gelehrte kann, was kann der eigentlich? Der kann Farben herstellen. Und er kann Dinge herstellen, die unterstützend für alle anderen Berufszweige sind. Also der ist für einen selbst jetzt nicht so praktisch. Aber in Verbindung mit anderen kann er schon ganz nützlich sein. Ist aber auch ein bisschen anstrengend, darauf zu skillen, sozusagen. Wie gesagt, ich werde den Drechsler nehmen, weil man da seine eigenen Bögen herstellen kann, was ich sehr günstig finde. Wenn man jetzt zum Beispiel den Runenbewahrer spielt, der arbeitet immer mit Runensteinen. Die Runensteine werden vom Goldschmied hergestellt. Außerdem kann der Goldschmied auch Halsketten, Ohrringe, Armbänder, hast du nicht gesehen, herstellen. Also man kann sich quasi selbst versorgen mit allen Gegenständen. Immer für sein jeweiliges Level angepasst. Und wir machen das mit dem Drechsler. Waldhüter sind die besten Bogenmacher in Mittelerde und genau deswegen nehme ich das auch. Sie können großartige Waffen aus Holz fertigen, aber auch das dazu benötigte Holz besorgen und zur Weiterverarbeitung vorbereiten. Ihr Wissen über Pflanzen und die Natur bedeutet außerdem, dass sie gute Bauern sind. Die Waldhüterei eignet sich besonders für alle, die sich mächtige Bögen einfertigen möchten. Möchtet ihr diesen Beruf erlernen? Drechsler Försterbauer, ja! Ja, damit, so, das habe ich gerade schon erzählt hier. Wir können jetzt ein Handwerksmenü aufrufen, das schauen wir uns hier mal kurz an. So an sich kann man nicht handwerken. Man muss immer in die Nähe von Handwerksstationen gehen. Das kommt auch auf den jeweiligen Beruf an. Ich lege mal ganz kurz hier die Axt an. So, dann haben wir hier zum Beispiel die Werkbank. Die Werkbank ist für verschiedene Berufe geeignet. In meinem Fall wäre das jetzt der Drechsler und der Förster. Und für manche Arbeitsschritte auch der Bauer. Also für mich ist das jetzt die Hauptwerkbank sozusagen oder das Hauptarbeitswerkstück hier. Genauso gilt das für Goldschmiede, die gehen hier hin. Aber auch der Schneider, der arbeitet an der Werkbank. Die ist also universell für die meisten Sachen einsetzbar. Dann haben wir hier drüben noch die Schmiede. Was zum Schmieden habe ich jetzt nicht dabei. An der Schmiede ist der Schürfer beschäftigt, der aus Erzen Metalle herstellt und auch Legierungen aus den Metallen herstellen kann. Und ansonsten natürlich der Waffenbauer und der Rüstungsschmied. Die sind hier. Alles andere geht eigentlich an die Werkbank. Na gut, nicht ganz. Also die Historiker, die Historiker sind ein bisschen eine Ausnahme. Die brauchen glaube ich am Anfang erstmal gar nichts, um was herzustellen. Die können das glaube ich in freier Natur machen. Dafür sind die Rohstoffe und Materialien, die sie dazu brauchen, relativ rar. Später dann brauchen sie glaube ich Bibliotheken, um arbeiten zu können. Aber egal. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Ich werde jetzt auch nicht handwerken. Oder? Ach kommt doch, ich mach das mal, damit ihr es mal gesehen habt. Wir haben ja Einleitungen für jede Klasse. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ich lese es jetzt nicht extra erst durch. Ist eigentlich nicht wichtig. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Na klar doch, Mädchen. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? So. Ich mach jetzt aber nicht die Einleitung in die Forstwirtschaft, weil die mir zu lang dauert. Okay, wir sammeln mal kurz. Ich grüße euch. Ja, ne, die Forstwirtschaft schon in den Bauern-Skill mach ich jetzt nicht. Okay. Wir bekommen jetzt hier Kisten, um erstmal Rohstoffe in der Hand zu haben, mit denen wir arbeiten können. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? So sieht's aus, ja. So, und dann haben wir jetzt Zutaten, sowohl für den Fürster als auch für den Drechsler. Und öffnen die mal kurz. So, dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Zwei dünne Ebereschenbretter und grobe Lebernerwinkel. Das ist jetzt für den Drechsler. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Drechsler. Da müsste ich nochmal ganz kurz auch die Säge ausrüsten. Also man hat für jeden Beruf dann ein eigenes Werkzeug. Allerdings gibt es auch, das hab ich mir jetzt schon mal aus meinem Haus geholt, weil ich davon einige Überschüsse hatte, universelle Werkzeugsätze. Die kriegt man zum Beispiel als Hobbit-Geschenke. Wenn man Glück hat. Und ich hab davon insgesamt schon drei Stück gekriegt, da die ans Konto gebunden sind und nicht an den Charakter selbst, konnte ich mir das rüberholen. Und werd das jetzt auch anlegen. Und damit kann ich mir jetzt sparen, bei den einzelnen Arbeitsschritten zwischen den Werkzeugen hin und her zu wechseln. Außerdem ist das universelle Werkzeug auch ein bisschen schneller als die Billigwerkzeuge hier. Das sind halt wirklich die schlechtesten Varianten. Na gut, okay. Okay, wir stellen dann mal als Drechsler, was sollen wir eigentlich herstellen? Ich weiß das gar nicht. Äh, was haben wir dann als Aufgabe? Einen Ebereschenbogen sollen wir herstellen, steht da. Gut, gehen wir auf den Bogen. Und wir sehen schon, wir haben zufälligerweise genau die Sachen, die wir dafür brauchen. Die Lederwickel können wir später bei Händlern kaufen. Die Ebereschenbretter müssen wir als Förster selbst herstellen. So, gehen wir auf Herstellen. Können uns das auch mal anschauen. Frei Hand gleich in der Luft, so wie man das halt macht. So, damit haben wir uns einen Bogen hergestellt. Und können das Quest auch abschließen. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ja. So, den Bogen haben wir noch im Inventar. Und der ist auch ein Stück besser als der, den wir vorher hatten. Ist halt das Praktische. Die sind nicht schlecht, die Waffen, die man selber herstellen kann. Also da kann man durchaus Verbesserungen erzielen, wenn man sich hier was herstellt. Und wenn man einen breiten Stock an Charakteren hat, wie das bei mir ist, mit verschiedenen Handwerksberufen. Kann man sich auch vollends eindecken für alle möglichen Eventualitäten. Das ist eigentlich ziemlich günstig, muss ich sagen. So, dann machen wir noch mal kurz hier die Sache auch für den Förster. Ein Stück gebürstetes, leichtes Leder und ein dünnes Ebereschenholz. Geht klar. So, wechseln brauchen wir jetzt nicht mehr bei den Werkzeugen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf das Holz. Das dünne Ebereschenbrett haben wir hier. Auch das wird hergestellt. Ich mach mal kurz weg hier. Ja, alles freihändig. Alles freihändig. So, und dann stellen wir noch kurz das Leder her. Da können wir ein bisschen mehr machen, weil wir schon einiges an leichten Fällen haben. Die hab ich auch nicht verkauft. Dann mach ich jetzt aber auch bloß mal eins. Also, das sieht dann so aus. Lustigerweise kann man sich ja auch drehen dabei. So, damit hab ich das hergestellt. Nur um mal einen ganz kurzen Einblick in das Handwerken zu geben. Was kann ich für euch tun? So sieht das Ganze aus. Die Bauernarbeit ist ein bisschen langwieriger. Da müsste ich jetzt erst davon hochgehen. Denn da drüben gibt's... Wir können uns das mal auf der Karte anschauen. Müsste ja eigentlich eingezeichnet sein. Oder auch nicht. Okay. Ich dachte, das wäre eingezeichnet. Ähm. Doch hier. Bei Stadel ist das. Da drüben gibt's ein Feld, auf das wir gehen müssten. Das wollen wir jetzt natürlich nicht tun. Deswegen schmeiß ich das mal kurz raus aus der Übersicht. Und wir haben nur das Prolog-Quest drin. Und wollen das dem jetzt auch widmen. Jetzt haben wir lang genug hier rumgetrödelt. Schon wieder... Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Uhr mehr gestellt. Aber es fühlt sich jetzt an wie 10 Minuten. Die ich jetzt schon wieder mit irgendeinem anderen Kram gemacht hab. Gut. Wir machen uns auf den Weg in den Schädwald. In dem war ich jetzt schon ein paar Mal gewesen. Übrigens, dass wir vorne das Bann werten Zaunkönig mit ihrem tollen Häuschen. Das aussieht wie eine Bushaltestelle für einen Mann. Übrigens, diese Steinkreise hier drüben. Das sind die Respawn-Punkte. Denn wenn man getötet wird, dann erwacht man nicht einfach an derselben Stelle, wo man vorher war. Sondern man erwacht am nächsten besten Respawn-Punkt. Der, der halt am nächsten liegt. Das kann manchmal ziemlich weit weg sein. Also es gibt Gebiete, in denen sind die ziemlich rar gesät. So, wir machen mal durch das Holztellerlager durch von Schlucht. Und heizen direkt in den Schädwald rein. Denn hier gibt's jetzt auch nichts mehr zu tun. Die hab ich gleich noch mit verarbeitet. Die ganzen Quäste, die hier sind. Die haben halt alle hier in den Schädwald geführt. Wir sehen schon, da gibt's auch wieder Spinnen. Die haben's auch bis hierher geschafft. Und das ist ein Reisestück. Da sollten eigentlich Aragorn und die Hobbits auch entlanggereist sein. Als die aus Brehe aufgebrochen sind. Um dann irgendwann nach rechts abzubiegen in die Mückenwassermore. Das können wir später nochmal machen. Wenn's sich's dann questmäßig anbietet, werde ich dann sowieso mal nach Bockland. Das ist quasi der Ostausläufer des Audenlandes, der ins Breland hineinführt. Der Gehen. Und, also da führt dann ein Quest hin. Und wenn ich dann dort sowieso bin, dann denke ich, werde ich mal einen kleinen Exkurs in Sachen Reiseweg des Rings machen. So, jetzt schauen wir mal. Wir können auch auf die Charaktere gehen, auf die Gegner. Und sehen schon, äh, das ist nicht die, die wir töten müssen. Weil, bleib doch mal stehen. Ja, ich geh einfach mal auf den. Na, zeig's an bitte. Hallo? Zeigst du? Zeig nicht an. Okay, ich seh schon, das liegt sowieso einfach in der Gegend rum. Also, wenn wir hier drauf gehen, steht da, äh, Prolog, die Suche nach Amdir. Ähm, wenn wir irgendwelche Gegner haben, bei denen funktioniert das auch. Jetzt zeig das an. Dankeschön. Dann steht, wenn man die für irgendein Quest besiegen muss, da, äh, welches Quest das ist. In meinem Falle steht kein Quest da, aber eine Tat. Denn, es gibt den Räuberbezwinger, äh, hier in Breland. Und, äh, das ist halt, wir können auch mal kurz auf das Buch der Taten gehen. Eriador. Ah, wir sind schon in Breland. Okay. Und da haben wir hier die ganzen Taten, die wir durchführen können. Zum Beispiel der Räuberbezwinger besiegt Räuber in Breland. Müssen wir 60 Stück besiegen. Dann gibt's 10 Punkte im HDR-Shop. Also, wir sehen die 95 Punkte, die sind mit ein bisschen Fleißarbeit schnell reingeholt, die wir für den Reizkill ausgegeben haben. Und das gibt's halt für verschiedene Tierchen, auch für die Spinnen gibt es das. Da bin ich gar nicht mehr weit weg vom, äh, Erfolg. Genauso, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gezeigt, äh, die Ruinen des Brelandes, die muss man dann einfach besuchen. Die Dunadan-Ruinen sozusagen, oder die Anorischen Ruinen, sagen wir mal besser. Und, äh, genau. Das steht jetzt alles hier mit drin. Ist vor allem später auch praktisch, wenn man Gegner besiegen muss für Quests und sich nicht sicher ist, welche Gegner das sind. Oh, ich muss mal ganz kurz aufräumen, sehe ich gerade hier unten. So, den Bauern-Skill, den schmeißen wir mal da hin. Wichtiger ist eigentlich für uns der hier. Das ist noch zum Handwerken, Holz aufspüren. Wenn wir da draufklicken, äh, wird bei uns auf dem Radar angezeigt, wenn Holzvorkommen in der Nähe sind. So, aber wir sehen schon, ich hab ein paar Skills dazugewonnen. Irgendwie ist meine Nase gerade zu, ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Äh, wir haben auf jeden Fall ein paar Skills dazubekommen. Äh, das wäre einerseits der schnelle Bogen hier. Ich geh mal kurz einen Meter zurück, bevor der uns entdeckt. Und andererseits das Sperrfeuer. Aber, ich glaub, der Rest müsste schon vorher da gewesen sein, oder? Ach nee, hier, der schnelle Schuss, der ist auch dazugekommen. Den können wir gleich mal ausprobieren. Aber vorher benutze ich mal. Nein, das war nicht richtig. Ich wollte eigentlich das. Ich hab ein bisschen rumgeräumt bei mir. So, da haben wir voll den Fokus. Und günstigerweise können wir jetzt rumlaufen, ohne dass der Fokus abbaut. Was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Und damit legen wir mal los. So, zuerst den schnellen Schuss. So, ein Sperrfeuer hinterher. Also, wir sind denen weit überlegen, natürlich. Das ist jetzt nicht das Problem, die hier zu besiegen. So. Du musst halt nur darauf achten, dass wir hier unseren Fokus auch hochhalten. So, könntest du mal... Habe ich immer noch nicht genug Fokus? Jetzt aber. So, okay. Gut wurde uns da kaum was abgezogen. Wir sagten mal schnell das Schwarzmoldbündel ein. Sag mal, bitte. Danke. So, ihr habt einen Brief entdeckt. Während wir den Brief lesen, reite ich schon mal wieder zurück. Ich hoffe mal, das kriege ich hin. So, ist wie ihr Handy... Aufs Handy schauen, während mein Auto fährt. Ihr müsst euch nicht länger mit Untätigkeit quälen. Entledigt euch der Dinge, die euch ausmachen. Bringt drei weiße Hemden, zwei blaue Hosen und 200 Kupferstücke für die Beerdigung zu Ellie Blattschneider in Schlucht. Was? Was auch immer. Ein Brief vom Handlanger der Räuber jedenfalls. Und ich bleibe hier stehen, weil wir hier auf dem Radar sehen. Das ist also das Zeichen hier für die eberischen Zweige. Also das wird dann angezeigt auf dem Radar, wenn die Rohstoffe in der Nähe sind. Gibt es auch genauso für den Schürfer... So, jetzt haben wir einmal geholzt gewonnen. Super. Gibt es auch genauso für den Schürfer genau dasselbe dann. Mit dem Aufspüren. Da wird auch dieses Symbol angezeigt, wenn eine Erzader in der Nähe ist. Von denen haben wir auch schon ein paar so links und rechts mal mit gesehen. In diesem Gebiet ist das Kupfer bei den Schürfern. Holztechnisch sind wir bei eberischen Holz hier. So, ich glaube ich muss aber mal weiter nach Westen. Das stelle ich gerade fest. So, ich reite jetzt einfach mal durch zwischen denen und kämpfe nicht erst gegen die. Da drüben sind übrigens Kupferadern. Hier links da ist ein Beispiel eine. Ja, die Wölfe, die werden gleich von uns lassen. Das ist jetzt nicht so die Bedrohung, sage ich mal. Aber die sind ja auch schon ein ganzes Stück leveltechnisch unter uns. So, und dann machen wir mal ganz schnell zu Banbad Unterberg zurück. Ellie Blattschneider ist nämlich eine Einwohnerin von Schlucht. Und wir sind ja noch auf der Suche nach dem Verräter sozusagen, der mit den Schwarzwolls kollaboriert hier. Den müssen wir natürlich stellen. Und da ist Ellie Blattschneider jetzt ganz arg in Verdacht, dass sie das sein könnte. Tut mir leid, kleiner Bär. Lass dich nicht stören. Bleib einfach, wo du bist. So. Rein nach Schlucht. Und hin zu Banbad Unterberg. Können wir hier gleich drüberspringen? Ja, geht schon. Mal schauen, ob wir hier gleich den Offroad-Weg kriegen. Nein, der Sprung hat nicht geklappt. Schade. Na gut, wir sind zurück und schauen mal, was Banbad Unterberg dazu meint. Seid gegrüßt. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn da? Ellie Blattschneider. Das hätte ich mir denken können. Sie ist klug und hat einen denkbar schlechten Ruf. Sie ist genau diejenige, die uns zum Handlanger der Schwarzwolls führen könnte. Sie wird euch nicht zu Amnir bringen, aber es ist immerhin schon mal ein Anfang. Wir müssen irgendwie an den Anführer herankommen. Er weiß bestimmt die Antworten auf unsere Fragen. So, da haben wir zwei Ohrringe zur Auswahl. Ich schaue mal ganz kurz. Einmal Schicksal und einmal Macht. So, dann können wir hier in den Charakterbildschirm schauen. Und zwar haben wir hier drüben die ganzen Werte dastehen. Und die Bedeutung der einzelnen Werte ist je nach Klasse unterschiedlich, sage ich mal. Also worauf der Fokus liegen sollte. Zum Beispiel bei den ganzen magischen Sachen. Das heißt Barde, Kundiger, Runenbewahrer ist vor allem der Wille entscheidend. Denn der Wille stärkt die magischen Fähigkeiten. Für die ganzen Hau-drauf-Typen ist vor allem die Macht interessant. Und für uns als, was sind wir, Jäger, Entschuldigung, als Jäger ist die Beweglichkeit wichtig. Es steht ja auch, als Jäger ist Beweglichkeit sehr wichtig für euch. Also es gibt immer einen, beziehungsweise ich glaube bei einer Klasse, beim Hüter, gibt es sogar zwei Werte, die sehr wichtig sind. Das hängt ja davon ab, also beim Hüter, der kann sowohl Fern- als auch Nahkampfangriffe machen. Für die Fernkampfangriffe ist die Beweglichkeit wichtig, für die Nahkampfangriffe die Macht. Und die Beweglichkeit ist also für Fernkämpfer wie den Jäger sehr wichtig. Das heißt, wir werden darauf skillen. Eine zweite Sache ist wichtig, das ist die Vitalität. Das gilt für jede Klasse, denn die Vitalität stärkt unsere Lebenskraft. So, wir haben jetzt aber Schicksal und Macht zur Auswahl. Hm, ist jetzt beides nicht so das Ding, ne? Ja gut, ist eigentlich egal. Locken und Parieren klingt okay. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Macht von mir aus. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Müssen wir uns später mal besser herstellen. Ich habe eine Idee. Wenn Ellie nach frischem Blut sucht, könntet ihr ihr doch helfen, oder? Ihr könntet euch als Raufbold ausgeben und anbieten, euch den Schwarzwolz anzuschließen. Gewinnt ihr Vertrauen, sodass wir vielleicht herausfinden können, wo sich die Anführer der Schwarzwolz verstecken? Das bringt natürlich Gefahr. Äh, birgt natürlich Gefahr. Meint ihr, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid? Ellies Haus befindet sich im nordwestlichen Teil der Stadt, am See. In der Nähe stehen ein paar große Käfige. Ich glaube, sie züchtet Hunde. Sprecht mit ihr und denkt daran, ihr seid ein Räuber. Alles klar. Wir machen uns auf den Weg zu Ellie und können dabei gleich hier so querfeld einreiten. Das ist gleich um die Ecke, also das ist jetzt eine Sache von ein paar Sekunden. Vor allen Dingen mit dem Pferd, das ist halt das Gute, mit dem Pferd ist man ein ganzes Stück schneller unterwegs. Ja, am Anfang hat man normalerweise noch kein Pferd, wenn man frisch anfängt. Dann wollen wir mal mit Ellie reden.